Die Schule hat da ungehebt. Freizehn getraut? Nein! Meine lieben Leute, die Schule ist heute losgegangen. Wir gehen jetzt in die Schüler fragen, ob sie über den Sem erfreut seien. Freizehn, dass die Schule wieder ungehebt hat? Nein! Das ist ein brutaler Scheiss. Ich weiss nicht, was Opie viel sagen soll. Ja, geht schon. Nein, nicht wirklich. Ich fühle mich schon ein bisschen feiner. Geht schon. Ja, geht eigentlich. Nicht wirklich. Nicht so wirklich. Nein, eigentlich nicht. Nicht so wirklich. Eigentlich nicht. Nicht wirklich. Nein! Seid zu frei! Nein! 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 Nicht wirklich. Geht schon? Nein! Ja! Ja, voll! Nein! Ja, geht schon! Nein! 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 Ich bin nicht so sehr erfreut. Nein! Ja, ja, ich freue mich auf dich. Ganz brutal. Wirklich? Ganz brutal, ja. Aus reinen Herzen. Nein, das ist scheisse. Nein! 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 Nicht so. Nein! Nein! Leber mit der Webs großen. Ich schau's schon.